Tschüss. Mit dem Bus und dem Zug. Und Welle fahren, wie mich schon. Bis später. Es ist Sommer, immer noch. Und so schön da. Ich muss es noch genießen, es ist ein bisschen heiß. Sommer geht langsam so, aber wir haben noch schön. Und der Poolbereich ist so herrlich. Dieser schönen Stein und dann die schönen Farben von den Blumen. Jetzt fahr ich Busse. Vem kann segla för utan wind? Vem kann röra utan norr? Busse all der Stelle. Buss und Zug. Tschüss. So, jetzt komme ich mit dem Bello zum Bus. Und dort von dem Bus zum Zug. Und dann mit dem Bus. Andere Seiten jetzt. Tschüss. Ja. Du meinst du selber? Ja. Jetzt haben wir wieder einen. Ich gehe jetzt ins Strip-Parade und das Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt, ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannend. Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann ein anderes Mal in. Vielleicht mit der Freundin oder der Freundin. Tschüss. Er schaut uns an. Da ist ein Kalon wieder da rein. Hey. Machchou, Toto, Alter. Diese ganz, ganz frischen zusammengerollten Wetter, das ist praktisch wie die Palme hat. Das ist ganz, ganz weit. Da steht er auf dem Kopf. Das ist sehr weiblich. Das ist echt zeig. Es ist zeiglich. Ja... Ich bin noch nicht gut. Hast du Hunger? Ja, du meinst ja auch der... der... Jährige. Maximum 2 Jahre. Super jung. Die sind mega feines. Ja. Ja, jetzt habe ich einen großen... Gehst du? Keine Sache große. Jetzt kommt ein Grupp. Vielleicht geht's mal ein Fischen, ne? Gestern auch. Ja, einmal anziehen. Das ist gut, ey. Sie wissen sich nur am Schwanz aufsetzen. Sie haben jetzt eine kleine Fünftehand. Du hast schon zwei gesehen, oder? Der ist sehr orange, oder? Es ist im Moment nur eins. Geht der hoch? Es ist ein Einzelgänger, wo man sagt, er soll wohl umsetzen müssen nur zwei zu sein. So, jetzt sind die Trampirania. Muss man total aufpassen, die Beisen haben. Ich bin sicher, dass du ihn willst. Ich sehe ihn da. Ja. Ich weiß nicht. Jetzt hättest du den Spiis. Oh, ich bin bald. So, das sind die schönen Zahner. Ganz nah. Oh, das ist gut. So, das sind die schönen Zahner. Das ist gut. Ach, ich will weg jetzt. Hey, die ist richtig rartig. Das, was sie hat, diese Härchen, die sie zum Beispiel hat, viele wissen, die auch zur Verteidigung zu nutzen und dass sie die eben halt praktisch so mit dem Hinterbein abstreifen und dann so einem so zu... Die, die ich abschalten kann, macht dieses Geschäft zur Oberstadt und Baum. Das sind die 38 Meter hoch. Was wir machen heute Morgen? Na, du haben sie kurz gedrehen, und ich sollte es nach vorne kommen. Das ist ein Schaumann. Das kann, ob er kein Schaumann ist. Das muss ein Schaumann sein. Das muss ein Schaumann sein. Man sieht auch, dass es gut ist. Diese aufgewachsenen Augen. Ein Schaumann. Und dann geht es so rein. Das ist ein Schaumann. Das ist ein Schaumann. Das ist ein Schaumann. Morgen, Fre. Jetzt ist es ein Frühstück. Hier ist unsere Hütte. Hier hinten ein anderer. Unwillig warten. Warte. Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Zweite. Ja. Klein aber fein. Herzig. Piranha. Auch Piranha, oder? Piranha? Ja, sie sind weißer. Mein dritter. Ja. Ah ja, schön. Schau da. Hehehe. Ja, lauter. Ja, sie ist da. Ja, sie ist da. Und da vorne ist sie so. So gut. Schnell, ne? Ja. Ja. Wie ist der da? Ja. Tschö. Ja. Ich kann es mal inkommen. Sehr gerne mal auf. Kante viele Schildkröten. Ja. Medizine. Ist das gleich? Ja. Schön Dreck. Ich kann mir das auch als gesehen, wie die Atterdam da. Das ist ein große Fishing Mall. Ich komme gerade vom Regenwald. Wir kommen an den einen Land drüben. Am Abend. Ich bin voll. Ich bin so gefeucht. Kille. Ich bin so gefeucht. Hier kommen wir gerade vom Regenwald. Wir machen gerade vom Blu Kaffee von Gryeuse. Färber som nicht will bevastod. Noch ein Warte zum Befest Retro. Kon ja das ist. Es gibt so gefeucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020